Hi Leute! Ja, heute wieder mit einem neuen Video und zwar könnt ihr diesmal Parfüm gewinnen und zwar von myparfüm.de Ich hatte ja schon mal was für los von meinem Parfüm und jetzt könnt ihr es auch. Ihr könnt euch da für 40 Euro selber ein Parfüm zusammenstellen und ja, euren eigenen Duft kreieren und für 40 Euro kann man schon einiges da rummischen und punchen und die Flasche selber designen, die Farbe mit kleinen Kristallsteinchen drinne und ja, ich hoffe ihr freut euch. Schreibt mir einfach nur in den Kommentaren, ja hier ich, ich will gut riechen und so und ja, dann gehört euch der 40 Euro Gutschein schon vielleicht euch. Das war falsch oder richtig, egal. Auf jeden Fall, ich hoffe natürlich ihr freut euch und ja, alles weitere steht natürlich wieder in der Infobox und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!